Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in diesem Video will ich nur mal eure Fragen sammeln, die ich dann im nächsten Video wieder beantworten werde. Das heißt, ihr könnt jetzt hier unter dieses kurze Video eure Fragen in den Kommentaren stellen und dann werde ich sie dann im nächsten oder übernächsten Video, je nachdem wie viele Fragen jetzt zusammenkommen, über die nächsten ein bis zwei Wochen werde ich dann die Fragen beantworten. Ja, dann ihr könnt halt alles fragen, stellt es einfach und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.